Am 13. November trafen Geschäftsführer, Entscheider und Fachbesucher auf Deutschlands größter regionaler Wirtschaftsmesse aufeinander. Die B2B Nord öffnete ihre Türen von 9 bis 18 Uhr in der Messehalle Hamburg-Schnelsen. Hochkarätige Keynote-Speaker beleben die Impulsforen. Das alles kombiniert mit Gesprächen über innovative Geschäftsideen ergibt einen gelungenen Messetag auf Deutschlands größter regionaler Wirtschaftsmesse. Die Aussteller und Besucher waren wieder einmal begeistert von der Gesprächsqualität, die die Wirtschaftsmesse zu bieten hat. In einem Wort B2B Nord ist wirklich schwierig, weil es einfach so gut ist, dass man so wie ich heute Morgen sich in die Bahn setzt und heute Abend wieder zurück 350 Kilometer auf sich nimmt, um hier hinzukommen. Ich glaube, das sagt eigentlich schon alles aus über die Qualität und die Gespräche, die man hier auf dieser Messe führen kann. Die B2B Nord ist klasse. Für mich ist es Kontaktpflege und Kontaktknüpfen. Ich bin von Anfang an dabei und wir haben heute, glaube ich, die bestbesuchteste Messe gehabt bisher. Wir haben heute so viele Gespräche geführt. Hier war es proper voll heute und ich bin fest davon überzeugt, es wird im nächsten Jahr noch mehr werden. Netzwerk bilden. Netzwerken. Kontakte. Netzwerken und gute Gespräche führen. Entscheider, Macher, Messe, Treffpunkt. Es wird immer besser. Ich begleite es schon von Anfang an und ich muss wirklich sagen, es gefällt mir super. Wir haben hier unsere Zielgruppe direkt da. Grandios ist wirklich das richtige Wort dafür. In einem Wort, ich nehme zwei. Best Marketing, würde ich sagen. Zahlreiche Aussteller sicherten sich bereits ihren Standplatz für den 7. Mai 2015. Säge. 9. 10. 11. 10.